1 Einen wunderschönen guten Morgen in die ganze Welt und einschließlich Deutschland. Überall wo ihr seid, wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer neuen Ausgabe des Popcasts Stabil durch den Wandel. Heute ist der 19. Mai 2021 und neben mir sitzt gut gelaunt wie immer der Andreas Popp. Ja und ich suche ganz verzweifelt den See, weil er in einer Nebelbank verschwunden ist. Kannst du ihn nicht sehen? Nein, ich kann ihn heute nicht sehen, denn wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr, aber ich sehe den See nicht und das ist das Problem. Wir haben eine leichte Nebeldecke, die noch als Frühnebel drauf liegt. Das können auch noch Wolken sein, weil wir etwas höher liegen. Das kann man nicht ganz genau erkennen, aber es soll heute trotzdem ein sonniger Tag werden mit durchwachsenen Abschnitten, aber insgesamt schön. Sprach der Optimist Popp. Ja, wieder viele Themen, die auf uns einströmen. Und das Sichten dauert ehrlich gesagt immer länger, weil man muss ja werten, man muss ja rausfinden, was finden wir jetzt für euch wichtig. Das dürfen auch nicht immer dieselben Themen sein, aber wir beginnen auch heute mit dem Thema, für das wir vor zwei Tagen ein Extra hatten. Dieses Extra über Bill Gates, Andreas, ist inzwischen fast eine halbe Million Mal verteilt worden, geklickt worden. Naja, ich denke, unsere Zuhörer, die können das relativ gut zuordnen, was wichtig und was unwichtig ist. Und es handelt sich hier nicht um irgendein Boulevardthema, wo sich Prominente scheiden lassen, sondern ein hochbrisantes politisches Thema, wo wirklich eine Führungsposition der Weltmacht nicht nur schwer angeschlagen ist, sondern gerade seine Reputation verloren hat. Und das in einer Vorstellung, wie wir es uns nicht hätten vorstellen können, nämlich der Moralapostel, so wirkt er auf mich manchmal, das ist meine Meinung, ist momentan offenbar vom Sockel runtergestoßen worden. Ja, das heißt, er hätte sich in einem Golfclub, einem Luxus, Mega-Luxus-Golfclub verbarrikadiert. Er hätte auch Angst um sein Leben. Das sind Aussagen von manchen Zeitungen. Wir dürfen noch eins nicht vergessen. Wir haben vorgestern darüber berichtet, dass er ja in engen Zusammenhang gebracht wird, Bill Gates, mit der These, dass die ganze Welt geimpft werden soll. Übrigens dann mehrere Male. Er sprach ja von sieben Milliarden Menschen. Und in einem späteren Interview nach den Tagesthemen, die letztes Jahr im April Bill Gates fast elf Minuten Sendezeit eingeräumt hatten, ging es dann um 14 Milliarden Impfdosen, die mindestens erforderlich seien. Nun weiß man, dass Bill Gates also nicht nur eine sogenannte philanthropische Stiftung mit seiner Frau Melinda gegründet hat und viele philanthropische Projekte, was immer man darunter versteht, finanziert, sondern dass er in vielen Impfprojekten natürlich finanziell fest verankert ist. Zum Beispiel die globale Impfallianz Gavi, die ja auch eng mit Frau Merkel und Frau von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin zusammenarbeitet. Aber Bill Gates soll ja auch unter anderem zu den größten Besitzern bzw. Eigentümern großer Landflächen in den USA gehören. Nämlich er hat, glaube ich, die meisten, die man haben kann. Ja, das ist wohl so. Und damit widerspricht er natürlich der Agenda des World Economic Forum beispielsweise. Aber was mich interessiert ist, wenn er sagt, er hat Angst um sein Leben, dann stelle ich mir die Frage, von wem oder von welcher Seite glaubt er denn, dass sein Leben jetzt bedroht sein kann? Von der Pharmaindustrie kann es ja wohl kaum sein, denn die hat er ja letztendlich nicht nur durchfinanziert, sondern er hat sie unterstützt und er hat deren Propaganda im Rahmen eines Unternehmers quasi als Vertriebsabteilungsleiter der Pharmaindustrie sein Werk getan? Oder hat er Angst davor, einen ähnlichen Weg gehen zu müssen wie Herrn Epstein, weil sein Kumpel Epstein natürlich im Knast gesessen hat und dabei ums Leben gekommen ist? Hat er vor dieser Todesart Angst oder davor, dass er in irgendeiner Form ermordet wird? Also vor Attentätern kann er kaum Angst haben. Bei seinen Milliarden kann er sich rund um seine Person permanent Panzer stellen. Also da kann wohl kaum etwas passieren. So viel Geld hat er ja ganz einfach. Ich vermute mal, die Angst bezieht sich auf den Staat vor Inhaftierung. Er sieht seinen alten Epstein-Kumpel und er sieht jetzt natürlich auch noch die Geschichte von der Ghislaine, die auch im Knast sitzt. Das heißt, man nimmt offenbar keine Rücksicht. Und wenn er jetzt offenbar in dem Machtzirkel mehr oder weniger fallen gelassen wird, weil man ihn nicht mehr halten kann, das heißt, dieser Machtzirkel selbst erodiert ist, dann werden wahrscheinlich auch noch ganz andere weiter zittern. Und nicht nur Bill Gates. Wir wissen, eigentlich werden eher die Abteilungsleiter gehängt als die Direktoren. Und er ist einer von den Direktoren. Also da wird wohl insgesamt eine relativ entspannte oder unentspannte Stimmung vielmehr herrschen. Ja, und er, der sich selber am liebsten als Philanthrop, also als Menschenfreund bezeichnet, der ist ja weltweit inzwischen in schwere Ungnade gefallen. Also es sind nicht nur Verschwörungstheoretiker und Impfleugner, wie man sie so schön nennt, sondern oder auch Klimaleugner. Im Thema Klima ist er ja auch fest verankert. Sondern es sind viele andere, die inzwischen eine Wut auf ihn haben, weil er eben durchimpfen will, weil er die Sonne verdunkelt, in dem Flugzeuge aufsteigen und Staubpartikel welcher Art und Beschaffenheit sie auch im Einzelnen sein mögen, auch das muss untersucht werden, freisetzt, um also den herrlichen Sonnenschein wegzunehmen, die Sonne zu verdunkeln, um die Klimakrise abzuwenden. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ich habe viele Menschen erlebt, die sind als Königstiger losgesprungen und als Bettvorleger gelandet. Und wir sehen, dass einer der ganz großen Figuren, die man uns erklärt, und zwar deshalb erklärt, weil er über die Milliarden verfügt, dass ein rein monetäres System, was dahinter steht und nicht die Person, damit kann man tatsächlich offenbar jeden ganz nach oben bringen. Und dieser aus meiner Sicht Größenwahn, die Sonne zu verdunkeln, ist Größenwahn und verstößt gegen die Schöpfungsgesetze. Und da ist mein Verständnis null. Übrigens genauso, dass man beispielsweise Satelliten in dieser Welt, wie das momentan Musk macht, dort in diesen Reihen, das finde ich auch unverantwortlich. Aber das sind eben halt diese Dinge. Und ich glaube, immer mehr Menschen sagen langsam, es reicht. Wir haben die Erde lang genug geschunden. Und die Leute, die uns jetzt erklären, dass diese Erde dringend gerettet werden muss, und stellen sich dann raus, tatsächlich, und Bill Gates hat sich in einem Umfeld von Sexualstraftätern bewegt. Das ist nun einmal Fakt. Damit ist seine Reputation mehr als gefährdet. Und die Frage der Impfung sollte jetzt mehr als deutlich gestellt werden. Plural, Sexualstraftätern deswegen, weil Jeffrey Epstein ja einen sogenannten Herren- oder Männerclub hatte, in dem sich die Großkopferten, dazu gehörte auch der britische Thron-Zögling Prinz Andrew, die haben sich dort alle aufgehalten. Und unter ihnen eben auch Bill Gates, von dem gesagt wird, dass er auch in dieser Runde eben über das giftige Klima seiner Ehe beraten und Jeffrey Epstein um Rat gebeten haben soll. Wir zitieren Zeitungen wie New York Times, wie die Sun, wie die Daily Mail, wie die Daily Beast. Inzwischen Zeitungen wie das Handelsblatt, die Bild-Zeitung. Es haben, also Bild-Zeitung und Handelsblatt berichten kritisch, während andere wie Stern, Süddeutsche und so weiter so allmählich rauskommen. Aber immer so Richtung vorsichtig berichten zum Beispiel eben Bill Gates, so schreibt die Süddeutsche, hatte gesagt, er habe Epstein im Rahmen seiner philanthropischen Arbeit kennengelernt und bereue die Freundschaft. So, bomb, damit ist die Sache dann erledigt. Aber es ist nicht nur die Sonne, die von Bill Gates verdunkelt wird, sondern es sind milliardenfach genetisch veränderte Mücken freigesetzt worden, um eben auch eine mögliche Seuchengefahr abzuwenden. Wenn wir dann wissen, dass Bill Gates auch gehörige Anteile an der Firma Monsanto hat, die ja genetisch verändert die Landwirtschaft mehr oder weniger verändert hat. Also auf sein Konto kommen natürlich unter anderem auch die Themen wie genveränderter Mais, genveränderter Lachs hier in Kanada beispielsweise, aber eben auch viele andere Lebensmittel, Getreide beispielsweise. Andreas, wenn man das so sieht und wenn das jetzt so allmählich immer deutlicher wird, dass das der Mann ist, der dann auch in die afrikanischen Länder gegangen ist und auch nach Indien und Impfaktionen an jungen Mädchen und Frauen durchgeführt hat, mit offenbar dem Hintergrund, dass die unfruchtbar gemacht werden sollten, also sterilisiert. Wir haben gerade eine berufende Journalistin an dem Thema sitzen, die sich da reinkniet, damit wir da auch noch mal mehr Fakten herausbekommen. Denn spannenderweise sind viele Mainstream-Artikel, die durchaus vor einigen Jahren darüber berichtet haben, verschwunden im Netz. Ja gut, wir haben natürlich noch viele Daten über die katastrophalen Folgen dieser Impfung und zwar gegen Tetanus in verschiedenen afrikanischen Staaten. Und man kann nur noch mit dem Kopf schütteln, wie dort Menschen schwer geschädigt wurden. Das heißt, das sind für mich menschliche Verbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das tatsächlich von solchen Personen, die dann, und das wundert einen natürlich dann nicht, wenn bestimmte Zeitungen, die finanziert wurden, große Mainstream-Blätter, die dann eben nicht darüber berichten. Natürlich, klar, wenn man das Geld bekommt in die Hand, beißt man natürlich ungern rein. Das heißt, damit wird natürlich auch die Subjektivität der Quantitätsmedien eben halt sehr deutlich. Denn Objektivität, den Begriff, den können Sie eigentlich gar nicht mehr nutzen. Das ist vorbei. Was mir klar wurde, ist durch diesen Männerclub, von dem du da sprichst, es ist natürlich ganz klar, ich hatte da nie drüber nachgedacht, aber wenn da so Menschen so hoch bekannt sind wie ein Bill Gates, den kennt ja jeder vom Gesicht her, der kann natürlich nicht in irgend so einen Dorfpuff reingehen, der wird dann natürlich sofort auffliegen, sondern der muss dann natürlich irgendwo dann mit Gruppierungen sich dann in Verbindung bringen. Aber offenbar laufen diese Dinger ganz genauso, dass dort Menschen tatsächlich Sexualstraftätern unterliegen, die gegen ihren Willen dann eben halt vermietet oder sonst was missbraucht werden. Und das sind eben halt die Probleme, die für mich ganz schwer zu verstehen sind. Und an dieser Stelle müssen die Dinge nach außen getragen werden, dass die Menschen die Obrigkeitshörigkeit verlieren. Das ist wichtig. Die sogenannten da oben sind nicht die Besseren, sondern oft sogar die noch Verkommeneren, einfach weil sie die Mittel dazu haben. Ja, und das ist ja offenbar auch der Hauptgrund, so schält sich das jedenfalls immer weiter heraus, für Melinda Gates, die ehemalige Gattin von Herrn Gates. Nämlich sie war mit diesen Kontakten überhaupt nicht einverstanden, ist ja wohl 2019 mit Bill Gates auch zu Jeffrey Epstein hingestiefelt, hat mit der flachen Hand auf den Tisch gehauen, hat aufgeräumt und hat gesagt, sie ist dagegen, gegen diese ganze Verbindung. Und das war wohl der Auslöser dann auch für die Scheidung. Keine Ahnung, ob sie da eventuell hinter irgendetwas gekommen war, was in diesen Männerzirkeln stattfand. Das weiß man nicht. Auf jeden Fall muss sie sehr erzürnt gewesen sein. Und sie ist, wie es heißt, auch eher feministisch orientiert. Das heißt also, wenn man da sowieso auch selber mit die Hosen ein bisschen anhat, dann lässt man sich sowas natürlich irgendwann nicht mehr bieten. Ja, und aus dieser Situation heraus, da würde ich mir eher sorgen, um das Leben von der Dame machen, von der Frau Gates und nicht von ihm. Denn sie könnte natürlich so viele Dinge noch nach außen tragen vermutlich, denn sie verfügt natürlich auch über große Mittel und über entsprechende Kreise und Verbindungen und hat mit Sicherheit sehr viele Informationen gesammelt, die sie vermutlich auch als Lebensversicherung für sich brauchen muss, indem sie verdeckt irgendwo liegen und dann eventuell nach ihrem Ableben zum Beispiel auch nach außen tragen würden. Also das Ganze nimmt ja schon Dimensionen an wie in einem Hollywood-Thriller. Ja, es heißt wohl auch, dass sie durchaus ihre eigenen Krieger aufgestellt hat, also Heere von Anwälten. Und offenbar, wie es hier in manchen Meldungen heißt, steht auch Donald Trump, der Ex-Präsident der USA, hinter ihr, um den Sumpf mit trocken zu legen. Das ist aber für mich eher eine Spekulation, weil das nirgendwo bewiesen werden konnte, aber es raunt. Und ich möchte übrigens noch ergänzen, nicht nur feministisch orientierte Frauen hauen mit der flachen Hand auf den Tisch, wenn sie hören, dass ihr Mann fremd geht. Ich glaube, das mag niemand und umgekehrt natürlich auch nicht. Ich möchte euch kurz berichten, was die britische Sun neu veröffentlicht hat und Einblick gibt eben auch in weitere Entwicklungen, die so langsam an verschiedenen Ecken hochkochen. Und auch die New York Times berichtet weiter. Also es heißt bei der britischen Sun, dass das Verhalten, das Partyverhalten, das Freizeitverhalten von Bill Gates schon von früh an offenbar sehr jenem geändert hat, welches auch der Verurteilte und Verstorbene Jeffrey Epstein an den Tag gelegt hatte. Nämlich nackte Poolpartys, Affären, Stripperinnen. Und es heißt also, die gesamte Familie soll inzwischen stocksauer auf Bill Gates sein. Das scheint also auch eine Kluft zu sein. Zwar heißt es, dass die Tochter sich irgendwie gemeldet hätte, um zu zeigen, dass sie hinterm Vater steht. Aber es gibt auch Meldungen, die ganz anders klingen. Nämlich, dass die Familie sich weggedreht hat, anlässlich dessen, was da alles veröffentlicht wird. Der Biograf von Bill Gates schreibt zum Beispiel, früher, als Bill Gates angefangen hatte, mit Microsoft in der Garage, wie man so schön sagt, das waren junge Kerle in pizzabefleckten T-Shirts, die an Software-Codes arbeiteten. Die hatten ziemlich wilde Partys, bei denen sie Stripperinnen in Seattle besorgten und sie zu Bill Gates' Haus brachten. Damals war er so wörtlich noch kein Chorknabe. Und er soll, wie schon berichtet, auch mehrere Affären in zurückliegender Zeit gehabt haben. Die New York Times sagt, dass es sich um ein Verhaltensmuster handelt, das sich in den kommenden Jahrzehnten wiederholen würde, beziehungsweise wiederholt hatte. Also man sagt so, das gehört zu seiner Persönlichkeit. Und zwischendurch sollen Bill und Melinda sich so gefetzt haben, im Laufe der Ehe, dass Melinda die Ehe für ein Jahr auf Eis gelegt haben soll, berichtet die britische Sun. Bill Gates soll zum Beispiel regelmäßig Journalistinnen gedatet haben, die über Microsoft berichten wollten. Und es geht zwar, wie auch das Handelsblatt schreibt, nicht ganz in die Richtung von MeToo. Der Regisseur und Produzent Harvey Weinstein war ja auch unter diesen MeToo-Verdacht gekommen. Und da laufen Gerichtsprozesse. So heftig soll es nicht gewesen sein. Er war eher so ein bisschen auf eine andere Weise, eine vorsichtigere Weise. Aber die New York Times sagt wörtlich, mehrere Leute sagten, dass Bill Gates während seiner Ehe ein arbeitsbezogenes Verhalten an den Tag legte, das für eine Person an der Spitze eines großen börsennotierten Unternehmens unangemessen war. Ja, also ich finde das ganz interessant, dass sein Biograf da geschrieben hat, dass er damals noch kein Chorknabe war. Ich meine, offenbar ist er das bis heute ja nicht geworden. Sondern das ist wahrscheinlich die Hoffnung, die bei den Biografen da mitschwingt. Aber es hat da wohl nicht geklappt so. Also jemanden seine gesamte Vergangenheit jetzt vorzuhalten, finde ich natürlich auch kritisch. Was mir die Frage aufwirft, ist, wenn er dort als Nerd, als armer Junge in seiner Garage gesessen hat, wie konnte er sich denn mit seinen Kumpels diese ganzen Poolpartys überhaupt leisten? Das heißt, wo kam denn damals das Geld her für die gesamten Nacktpartys und so weiter? Das ist ja nicht ganz einfach mal eben zu regeln. Denn wenn die da abends die Mädels da engagiert haben und so stand das ja drin, dann sind da offensichtlich auch eine ganze Menge Gelder geflossen. Also das frage ich mich, wie das machbar sein soll. Also Epstein kann damals noch nicht dabei gewesen sein. Der hatte damals noch kein Geld. Aber ist es denn nicht so gewesen, dass Bill Gates relativ schnell sehr erfolgreich war? Ja, und er kommt aus einem offenbar sehr reichen Hause. Das heißt, da sind die Gelder schon da. Das heißt, also diese Nerd-Theorie, die man versucht hat, ins Volk reinzubringen, ein junger Student kommt aus dem Nichts und wird dann plötzlich ganz erfolgreich, weil er dort in seiner Hinterhofgarage etwas Tolles entwickelt, also vom Tellerwäscher zum Millionär, das berühmte Image, dem ist jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Das ist widerlegt. Er kommt aus einem reichen Hause und hat wahrscheinlich nie in einer Garage gesessen. Und wenn nur zwischendurch mal, das mag schon sein, aber die finanziellen Mittel waren es nicht, die ihn dazu gezwungen hatten, davon gehe ich einfach mal aus. Und wenn wir wissen auch, dass dieses Windows offenbar nicht von ihm erfunden wurde und entwickelt wurde, heißt es, sondern dass da offenbar Patente gekauft wurden. Und da muss man sich wieder fragen, von welchem Geld das kommt. Und diese gesamte Story, die man aufgebaut hat um seine Person, jetzt natürlich ins Licht gerät. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass er sich Sorgen auch um sein Leben macht. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir irgendwann mit einer Verhaftung zu rechnen haben. Wir müssen sehen, es gibt die Unschuldsvermutung. Zum Glück, der Staat hält sich leider nicht immer dran. Aber in diesem Fall werden Sie sehr vorsichtig sein. Wir dürfen nur nicht vergessen, wie reagieren die Administrationen in der US-Politik vom Weißen Haus. Biden spielt wohl offensichtlich keine Rolle mehr. Aber die Administrationen, die mittlerweile durch die Arbeit von Donald Trump so durchsetzt sind mit Patrioten und mit denjenigen, die sich für ihr Land und für die Befreiung ihres Landes von den Seilschaften einsetzen. Und wenn da diese Dinge am Rumoren sind und diese bisherige dunkle Führung jetzt ins Wackeln kommt, dann haben wir noch große Sachen, die vor uns liegen. Ja, wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Inzwischen sind es in den USA 24 von 50 Staaten, also so gut wie die Hälfte, die Maskenbefreiung, die keine Impfpflicht, die auch die Lockdown-Maßnahmen aufgehoben haben. Also das heißt, die mit dieser Impfpolitik, die Bill Gates in viele Länder gebracht hat, mit seinem vielen Geld, um es vorsichtig auszudrücken, nicht einverstanden sind. Und das heißt, im Prinzip hat Bill Gates auch halb Amerika gegen sich. Ja, und das Ganze ist natürlich nicht mehr zu vertuschen. Und auch wenn die Mainstream-Medien in Deutschland das zum Beispiel nicht melden, kommt es doch bei den Menschen an. Ich habe gerade gelesen, in einer Seite, die sich mit den Impfstatistiken auseinandergesetzt hat in Deutschland, dass die Impfwilligkeit von Erstzuimpfenden massiv runtergefahren ist. Das heißt, ganz viele Menschen wollen sich eben halt nicht mehr der Erstimpfung unterziehen. Das heißt, die Impfungen, die momentan laufen, mit steigender Tendenz, sind nichts anderes als die Zweitimpfungen von denjenigen, die sich bereits schon mal entschieden haben, so eine Impfung machen zu lassen. Ich weiß nicht, ob alle glücklich darüber sind, weil sie meinten, ja, es wäre eine Eintrittskarte für den Urlaub, den man damit haben könnte. Und haben das wahrscheinlich weniger mit dem Virus selbst in Verbindung gebracht, sondern wollten sich durch eine Injektion offenbar ein Grundrecht erkaufen. Eine völlig absurde Situation aus meiner Sicht. Aber ich glaube, diese Geschichte bricht jetzt aus und es werden sich mehr US-amerikanische Staaten, da bin ich ziemlich sicher, anschließen. Und wir stehen aus meiner Sicht wirklich vor einem Umbruch in den gesamten Vereinigten Staaten von Amerika. Und spannend ist an dieser Sache auch, gerade kommt nämlich die Meldung rein, die ist von der New York Times veröffentlicht, dass die Europäische Union sich wohl soeben darauf geeinigt hat, die Grenzen wieder für Besucher zu öffnen, die mit einer zugelassenen Impfung, also vollständig geimpft sind, oder aus einer Liste von Ländern kommen, die aus Covid-Sicht als sicher gelten. So die Exekutive. Das heißt, das sind ja die Maßnahmen, die dem jetzt entgegenstehen. Das heißt also, in Europa wird nach dieser Meldung, die von der New York Times eben gerade veröffentlicht wurde, wird eine Zweiklassengesellschaft begründet. Ja, das soll wohl gemacht werden. Aber wir müssen jetzt durchhalten an dieser Stelle. Ich spreche mit ganz vielen Menschen im Moment, die sagen, und wenn dann im Herbst die Pflichtimpfung oder Zwangsimpfung für Kinder kommt, was soll dann sein? Bitte noch mal ganz kurz von unserer Seite hier an euch. Die Was-wäre-wenn-Maschine ist das größte Problem, was wir haben. Wir müssen uns auf jetzt und auf hier und auf die Gegenwart konzentrieren. Wir können die Zukunft nicht verändern, genauso wenig, wie wir die Vergangenheit ändern können. Wir können uns nur hier und jetzt gerade halten. Und wenn die Punkte kommen, dann werden wir sie angehen. Diese permanente Diskussion, wenn das und das kommt, wie soll ich dann darauf reagieren? Das ist eine sehr gefährliche Geschichte, die bringt einen in die Spirale, auch bis in eine Depression hinein. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Ich habe das Gefühl, dieses Ding fliegt auf und es könnte auch sein, dass diese gesamte Impfkampagne irgendwann abgeblasen werden muss, weil ja auch gerade haben wir in der Schweiz gelesen, wie groß zum Beispiel dort die Impfschäden sind. Ja, gewaltig. Wir werden das heute auch noch veröffentlichen. Eine Meldung ziehe ich dann einfach mal vor, dass in Russland beispielsweise sich die Hälfte der gesamten Bevölkerung weigert, impfen zu lassen. Es scheint dort kein Problem zu sein. Da darf sich jeder impfen lassen, wenn er möchte, darf aber trotzdem überall hingehen und alles ist für ihn geöffnet, auch wenn er nicht geimpft ist. Und wenn man sich so frei entscheiden kann, dann kann man natürlich auch locker sagen, okay, ich gehöre zu denen, die sich nicht impfen lassen möchten. Und die Regierung geht großzügig offenbar mit dieser Situation um. Und das ist eben jetzt auch in 24 Staaten der USA der Fall. Und das sind ja ganz deutliche Zeichen, während Frau Merkel, ja gut, Frau Merkel, die sattelt jetzt gerade das gesamte Thema um, von Covid oder Mikrobe auf Klima. Also da muss man dann natürlich auch genau hinschauen, denn sie hat es ja geschafft, generös da durchzustapfen und Ermächtigungen, sich per Gesetz an Land zu ziehen, die sie natürlich auch jetzt in Sachen Klimaschutz ziehen kann. Noch eine Meldung über Bill Gates, sehr spannend, dass das ausgerechnet die Frankfurter Rundschau berichtet. Hätte ich denn je gedacht, dass ich mal die Frankfurter Rundschau zitieren würde? Ein sehr linksorientiertes Blatt, das mich in Grund und Boden vor Jahren geschrieben hat, Hass erfüllt. Aber egal, also es ist mir egal, was die jetzt hier schreiben. Das finde ich ganz interessant, denn hier wird zitiert die Zeitschrift Daily, Zeitung Daily Beast. Also das ist so ein bisschen Klatschblatt. Übrigens, die Klatschblätter wie Gala und Bunte und so weiter und die Klatschmagazine im Fernsehen, die berichten darüber jetzt auch, aber eben auf Klatschebene, so ganz, ganz vorsichtig und da haben sie halt ein Thema. Aber da geht es natürlich nicht tiefer, was das wirklich für eine Bedeutung hat, wenn ein derartig mächtiger und einflussreicher Mann vom Thron gestoßen wird und die Dinge herauskommen und niemals soll man unterschätzen den Machtfaktor Mensch. Und der kommt in diesem Fall in der Person von Melinda Gates daher, die offenbar schwer gekränkt ist, wütend ist über das, was er getan hat, dass er praktisch ja auch eine Art Lebenswerk damit zerstört hat. Denn so kann man das schon einordnen. Wer will das alles noch ernst nehmen? Es sind keine Kavaliersdelikte, wenn man sich mit Herrn Epstein so oft trifft und in dessen Lolita Express hin und her fliegen lässt zu irgendwelchen merkwürdigen Liebesinseln und Herrenclubs. Ja, also auf jeden Fall meldet die Frankfurter Rundschau, dass Bill Gates mit der Hilfe Jeffrey Epsteins den Nobelpreis haben wollte. Und zwar heißt es hier in diesem Beitrag, warte, hat er auf andere, warum, ja, warum hat Bill Gates überhaupt die Nähe zu Epstein gesucht? Zwar soll es Gates genossen haben, in Epsteins Villa in Manhattan Hof zu halten und mit den hochkarätigen Dinnergästen über Philanthropie zu sprechen, aber in diesem Fall scheint noch mehr dahinter zu stecken. Bill Gates hatte offenbar darauf gehofft, dass der sehr gut vernetzte Epstein ihm helfen könnte, den Friedensnobelpreis zu ergattern. Davon ist zumindest ein ehemaliger Mitarbeiter der Bill & Melinda Gates Stiftung überzeugt, der gegenüber der US-amerikanischen Nachrichten-Webseite Daily Beast auch davon sprach, dass Gates in den vergangenen Jahren am Tag der Preisverleihung einige Mitarbeiter für den Fall auf Abruf gehalten haben soll, dass ihm die Auszeichnung verliehen werde. Gates dachte, heißt es wörtlich, dass Jeffrey ihm helfen könnte, dass er die richtigen Leute kennen würde oder dass er die Dinge so deichseln würde, damit er den Friedensnobelpreis gewinnt. Das ist es, was Bill sich mehr als alles andere gewünscht hat, so der Mitarbeiter. Er war letztlich wohl ziemlich enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. Ja, da tut sich natürlich wieder eine ganz neue Frage auf. Wenn Epstein den Eindruck vermitteln konnte, einem großen Bill Gates, und wir dürfen nicht vergessen, Epstein war ja im Verhältnis zu Bill Gates monetär gesehen ein ganz kleines Licht. Der hatte zwar auch einige hundert Millionen offenbar, aber diese Milliardärsgröße wird ihm wohl nicht nachgesagt. Was befähigt denn einen Epstein dafür zu sorgen, dass überhaupt jemand einen Nobelpreis bekommen könnte? Wo steckt er in seinen Kreisen denn noch drin oder wo steckte er vielmehr drin? Selbst im Nobelpreiskomitee, die Frage muss gestellt werden. Dann stellt man sich auch die Frage, wie konnte eigentlich Obama damals seinen Nobelpreis für Frieden bekommen, wo er doch massenweise Länder gebombt hatte mit seinen Drohnen und gigantische Kollateralschäden verursacht hat, wo viele Familien und Kinder ums Leben gekommen sind. Da fragt man sich, wie das eigentlich möglich ist und hier sehen wir wieder, dass dieses horizontale Milieu, welches Epstein bedient hatte, offenbar für die großen Prominenten gedient hatte und das eventuell bis ins Nobelpreiskomitee, auch wenn es dann nicht geklappt haben sollte. Aber die Aussage, dass Bill Gates gehofft hat, dass Epstein ihm den Nobelpreis mit besorgen oder organisieren könnte, spricht natürlich schon Bände. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass eine EU-Ratspräsidentin, Frau von der Leyen, Bill Gates, als unseren neuen Führer bezeichnet hatte, das Wort Führer fiel, da muss man sich wirklich mal natürlich fragen und die Größenordnung einschätzen, wie groß die Macht war, dass selbst die EU unter Bill Gates die Hacken zusammengeschlagen hatte. Und hier wird es ganz deutlich, dass also ein gigantischer Sumpf, von dem auch der Donald Trump immer sprach, offenbar Einfluss hatte tatsächlich in die oberste Politik, die natürlich auch in den Nationalstaaten bis in die Bundesrepublik eben halt offenbar hineinzudringen scheint. Ja, also das Thema wird auch noch nicht zu Ende sein. Wir halten euch da auch auf dem Laufenden. Nochmals, sei es betont, nicht, weil wir gerne klatschen und tratschen. Das solltet ihr vielleicht inzwischen wissen, dass wir eher versuchen, Faktenlagen zu beleuchten. Und das ist im Moment eine, aus unserer Sicht eine der wichtigsten, die man im Auge behalten muss. Ja, diese Bill Gates Katastrophe, die da läuft, und zwar die Katastrophe für diejenigen, die aus der Sumpfareal, aus diesen Arealen heraus die Staaten maßgeblich beeinflussen über ihre NGOs. Dieses angeschossene System, was jetzt dort ist, ist ein ganz großer und wirklich optimistisch einzuschätzender Vorgang, aus denen jetzt viele, viele weitere Bausteine resultieren, die in sich zusammenbrechen werden. Eigentlich geht es um nichts anderes, als dass die Menschen sich ihre Grundrechte zurückerobern wollen, die durch politische Maßnahmen zerstört wurden. Und da müssen alle zittern. In allen Regierungen, auch die per Ermächtigung, sich eine totalitäre Macht angezogen haben und mit einer Spaltachs, also ich meine die Spaltachs von Frau Merkel hat ja ganze Arbeit geleistet. Sie hat die Menschen jetzt eingeteilt in offenbar geimpfte Klimaideologen und ungeimpfte Skeptiker und Kritiker. Und diese große Spaltung läuft jetzt. Und ich glaube, an dieser Stelle wird sich jetzt vieles ändern. Ja, und vielleicht gerade, weil du von der Spaltachs gesprochen hast, RT Deutsch, also das russische Nachrichtenportal, hat einen Artikel veröffentlicht, Forscher räumen Einsatz von Angst bei der Corona-Krise ein. Bislang hieß es ja vor allem, sogenannte Verschwörungstheoretiker und Leute aus der schwurbelnden Querdenker-Szene wenden im Zuge der Corona-Krise totalitäre Methoden am Werk. Nun legen aktuelle Informationen den Schluss nahe, dass entsprechende Taktiken tatsächlich zum Einsatz kamen. Das riecht nach Totalitarismus, sagen diese Forscher. Und es ist ja interessant, wir haben ja schon letztes Jahr im Frühjahr über dieses Papier des Bundesinnenministeriums The Hammer and the Dance gesprochen, das ja ganz vorsätzlich sagt, ihr müsst den Leuten den Worst Case vor die Nase stellen und ihnen Angst machen, dass die Kinder schuld sind, dass die Älteren sterben, weil sie sich die Hände nicht gewaschen haben. Und immer wieder kommen in diesen Empfehlungsschreiben und Strategiepapieren Worte wie, müssen qualvoll sterben, die Covid-Erkrankten und so weiter. Und das ist jetzt hier von Mitgliedern der Scientific Pandemic Influencer Group on Behavior festgestellt worden, veröffentlicht vom britischen Traditionsblatt The Telegraph, auf das sich RT Deutsch bezieht. Wissenschaftler eines Komitees, das den Einsatz von Angst zur Kontrolle des Verhaltens der Menschen während der Covid-Pandemie gefördert hat, haben zugegeben, dass ihre Arbeit unethisch und totalitär war. Dieses Papier The Hammer and the Dance, das wissen wir inzwischen aus dem Munde von Tom Pueyo, der dieses verfasst hat, aus Amerika, dass viele Regierungen dieses Papier als Unterlage genommen haben für ihre Covid, für ihre Lockdown, für ihre Beschränkungspolitik. Und bei dieser Gruppe hier, die das untersucht hat, handelt es sich um einen Unterausschuss von SAGE, Scientific Advisory Group for Emergencies, der wichtigsten wissenschaftlichen Beratergruppe der britischen Regierung, heißt es. Die vom Telegraph zitierten Äußerungen der Corona-Experten wurden von der Autorin Laura Dotsworth für ihr am Montag, also vorgestern erschienenes Buch A State of Fear, ein Zustand der Angst, zusammengetragen. In diesem Buch setzt sich die Autorin mit dem Einsatz psychologischer Taktiken durch die britische Regierung während der Pandemie auseinander. Also man kann es natürlich auf die anderen gleichermaßen übertragen. Und sie sagt, also eine Psychologin, ein Psychologe erklärt aus dieser Forschergruppe, der heißt Gavin Morgan, es ist klar, dass die Verwendung von Angst als Mittel der Kontrolle nicht ethisch ist. Die Verwendung von Angst riecht nach Totalitarismus. Keine ethische Handlung für eine moderne Regierung. Ja, also es riecht nicht nur nach Totalitarismus. Aus meiner Sicht ist das schon eine ziemlich klare Beweisführung. Und wenn wir das hören, dann bedeutet das, dass die sogenannten angeblichen demokratischen Regierungen der Diktatur überführt wurden. Und das sind doch schon ziemlich dramatische Entwicklungen. Wenn wir uns Kim Jong-un angucken aus Nordkorea, den man ja mittlerweile schon fast als lupenreinen Demokrat bezeichnen kann, um mal Gerhard Schröder zu zitieren, als er mal über Putin sprach und damit hatte er nämlich recht. Es drehte sich nämlich wirklich alles ins Kreis. Das heißt, die gesamte Welt hat sich jetzt tatsächlich umgekehrt und die Demokratien sind die Diktaturen und die Diktaturen wirken schon fast demokratisch, was natürlich auch nicht der Fall ist. Es geht darum, wieder auf die Füße zu kommen und die Basis zu diskutieren. Was ist Freiheit? Was sind Grundrechte? Und so weiter. Und darüber habe ich ja in meinem Video gesprochen. Wenn wir allerdings wissen, dass es sich dabei um eine Weltreligion handelt, nämlich im Grundgesetz angeordnet gewissermaßen, dann wird es natürlich eng. Und die UN-Karte und so weiter das Ganze auch noch unterstützt. Dann werden die Zusammenhänge klar. Der Totalitarismus ist das offensichtliche Ziel der gesamten Weltführer, aus welchen Gruppierungen sie immer kommen mögen. NGOs, abhängige oder unabhängige Politiker, nein, unabhängige werden weggemacht. Entschuldigung. Also abhängige Politiker und NGOs. Und das ist genau der Weg und den gilt es zu durchbrechen. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, trotz alledem dabei. Der an dieser britischen Regierungsstudie oder regierungsnahen Studie beteiligte Psychologe Gavin Morgan sagt wörtlich, er sei von Natur aus, das ist jetzt indirekt, ein optimistischerer Mensch. Aber all das von ihm beschriebene Vorgehen habe bei ihm zu einer pessimistischen Sicht auf die Menschen geführt. Verwiesen wird zudem auf einen nicht näher genannten Wissenschaftler dieser Forschergruppe, der vom gezielten Einsatz von Angst berichtet. Im März 2020 sei die britische Regierung sehr besorgt um die Einhaltung der Vorschriften durch die Bevölkerung gewesen. Es gab Diskussionen darüber, dass Angst nötig sei, um die Einhaltung der Vorschriften zu fördern und es wurden Entscheidungen darüber getroffen, wie man die Angst verstärken könnte. Wörtliche Rede. Die Art und Weise, wie wir Angst eingesetzt haben, ist dystopisch, sagt der Wissenschaftler weiter. Der Einsatz von Angst als Instrument der Kontrolle sei definitiv ethisch fragwürdig. Es habe sich um ein seltsames Experiment gehandelt. Die Rechnung sei jedoch letztendlich nicht aufgegangen, da die Leute zu viel Angst bekommen hätten. Und ein weiterer Wissenschaftler wird bei The Telegraph zitiert. Er sagt, man könnte Psychologie Gedankenkontrolle nennen. Das ist es, was wir tun. Wir versuchen natürlich, es auf eine positive Art und Weise anzugehen. Aber es wurde in der Vergangenheit schändlich eingesetzt. Und ein weiterer Forscher mahnte zudem einen vorsichtigeren Einsatz des Autoritarismus an, der sich bei den Handlungen der Regierung zur mutmaßlichen Eindämmung von SARS-CoV-2 eingeschlichen hätte. Menschen nutzten die Pandemie, um nach der Macht zu greifen und um Dinge durchzusetzen, die sonst nicht möglich wären. Und dem Bericht zufolge räumte ein weiterer Forscher der Gruppe ein, dass ohne einen Impfstoff die Psychologie eine Hauptwaffe darstelle. Die Psychologie hätte eine wirklich gute Epidemie gehabt. So wird dieser Wissenschaftler zitiert. Und nochmal ein weiterer, also es scheint sich um eine große Gruppe zu handeln, erklärte dem zufolge, man sei fassungslos über die Umwandlung der Verhaltenspsychologie zur Waffe im vergangenen Jahr. Psychologen schienen nicht zu bemerken, als sie aufhörten, altruistisch zu sein, also menschenfreundlich und als sie manipulativ wurden. Sie haben zu viel Macht und das berauscht sie. Und hier gibt es noch ein Mitglied einer Gruppe von britischen Anti-Lockdown-Abgeordneten, Steve Baker heißt er, und der wird auch bei Telegraph zitiert. Wenn es wahr ist, dass der Staat die Entscheidung getroffen hat, die Öffentlichkeit in Angst und Schrecken zu versetzen, um die Einhaltung von Regeln zu erreichen, wirft das sehr ernste Fragen über die Art von Gesellschaft auf, die wir werden wollen. Befürchte ich, dass die heutige Regierungspolitik den Wurzeln des Totalitarismus in die Hände spielt? Ja, natürlich tut sie das, mahnte Baker. Ja, und diese Vorwürfe richten sich an die Adresse der britischen Regierung, wonach diese die Corona-Bedrohungslage hochgespielt hätte, um die eigene Maßnahmenpolitik zu rechtfertigen. Und das soll im Frühjahr 2022, dauert also noch ein Jahr, anhand einer unabhängigen Untersuchung aufgeklärt werden. Ja, und darauf freuen wir uns natürlich. Und an dieser Stelle herzlichen Dank an die Kollegen von Russia Today, von RT. Und wir sehen ja immer wieder, dass wir gerade, wenn wir objektivere Meinungen haben wollen, sehr genau weltweit recherchieren. Wir haben ja ein Team für russische Medien in unserem Team, die also regelmäßig die russische Presse auch überprüft, checkt, übersetzt seit Neuesten. Und das wird auch in Zukunft eben halt unseren Podcast und auch unsere Nachrichtenmeldungen massiv aufwerten, dass wir gerade dort aus der russischen Seite ziemlich tief in diese Presselandschaft reingehen und dann versuchen zu selektieren, tatsächlich die wichtigen Medien und die wichtigen Nachrichten herauszuholen, wie wir es ja bereits im Englischen schon durch ein anderes Team machen, was die amerikanische und die britische Presse anbelangt. Ja, und es ist vielleicht ganz wichtig, hier an der Stelle zu sagen, auch das tun wir nicht, weil wir uns jetzt besonders hervortun wollen, sondern weil aus diesen Medien, also wir sehen in den amerikanischen und englischen Medien, kommt viel mehr hoch über die Machenschaften von Bill Gates. Oder in den russischen Medien kommt viel mehr hoch über die Machenschaften zwischen zum Beispiel Joe Biden und seinem Sohn Hunter und der chinesischen Regierung, also diese oder der ukrainischen und so weiter. Das heißt, es soll einfach eine Erweiterung von Information sein. Wir versuchen auch nicht zu werten, aber manchmal werten wir insofern, dass wir sagen, warum finden wir in den deutschsprachigen Medien so gut wie nichts zu diesen und diesen Themen. Oder wenn, dann nur als kleine Randnotiz, die verschwindet im Meer und in der Flut der täglichen Nachrichten. Und was wir natürlich jetzt über... Ja, bitte, du wolltest noch was sagen. Ja, die Objektivität ist also wirklich das Ziel und auch die Verbesserung der gesamten Lage zu erkennen und darüber zu berichten aus den verschiedenen Perspektiven der unterschiedlichen Länder oder Regionen der gesamten Welt. Und damit werden wir natürlich immer besser. Und damit besteht natürlich auch irgendwo immer wieder die Sorge, dass man mal abgeschaltet wird, was ja momentan noch in weiter Ferne sind. Wir haben gerade gesehen, dass das Video YouTube mit Professor Hockerts abgeschaltet wurde von YouTube wegen angeblicher Verstöße gegen irgendwelche Richtlinien. Das ist die Zensur in Rheinkultur. Ein Toxikologe beispielsweise, der spricht dort ganz Klartext und ist wirklich überlegt in seinen Äußerungen. Aber es passt offenbar nicht ins Konzept. Das ist meine Interpretation dazu. Also wir müssen einfach sehen, dass wir hier an der Stelle euch nochmal darauf hinweisen möchten. Bitte sorgt dafür, dass ihr euch in die Newsletter eintragen lässt. Würden und zwar Wissensmanufaktur oder Eva Herrmann am besten in beides. Es kommt wirklich wenig an Newslettern, aber damit haben wir die Möglichkeit eben halt die Kontakte eben halt zu halten, wenn wir abgeschaltet werden würden. Ja, also ihr findet im Internet die Wissensmanufaktur.net. Da kann man sich sehr übersichtlich angeordnet in ein Newsletter eintragen und ihr findet meine Webseite evahermann.net. Da könnt ihr euch auch eintragen. Übrigens bei Google erscheint diese Webseite allermeist irgendwie so gut wie gar nicht. Ich bin längst umgestiegen auf DuckDuckDuckGo, weil wir dort eine objektivere Anbietung der Dienste haben. Also wenn ihr meine Webseite nicht finden solltet bei Google, was echt der Hammer wäre, weil wenn man sieht, wie viele Aufrufe ich so grundsätzlich habe, was in großen zweistelligen Millionenbereich geht, dann ist es schon mehr als merkwürdig, wenn man das da nicht findet. Aber ihr werdet sie finden und tragt euch ein für den Newsletter, weil sollte es abgeschaltet werden, werdet ihr weiter bei uns umfassend informiert. Denn auf meiner Webseite gibt es diese gesamte Übersicht der Meldungen, alles was wir posten, auch alle Podcasts, die übrigens unter Hashtag oben abgeordnet sind und abgeheftet sind. Da braucht ihr nur drauf zu gehen und das Datum einzugeben, wenn ihr etwas sucht. Also genauso übersichtlich wie auch bei Telegram ist praktisch mehr oder weniger alles gespiegelt. Da werdet ihr dann weiter versorgt und da bekommt ihr auch weitere Informationen, sollte mit Telegram mal etwas sein. Richtig und da gebt ihr quasi rein, Eva Herrmann offiziell, wenn ihr auf der Website gelandet seid von eva-hermer.net und dann könnt ihr auf offiziell anklicken und dann findet ihr quasi absolut zeitgleich alle Informationen von Telegram, die identisch hochgeladen werden dort auf der Seite. Genau, also das heißt, wenn ihr auf meine Seite geht, dann gibt es ja diese sogenannten Reiter oben, das sind die verschiedenen Überschriften, die ihr anklicken könnt und da gibt es an zweiter Stelle Eva Herrmann offiziell. Das ist nichts anderes als das gleiche wie bei Telegram. Genau und worum es uns jetzt geht ist, dass ihr möglichst euch über den Newsletter anmeldet, damit wir eure Daten dann haben und euch dann auch sofort informieren können, falls mal etwas abstürzt. Das tut nicht weh und die Daten werden natürlich vertraulich behandelt und nicht genutzt für Werbung. Und bitte tragt euch nur bei den Newslettern ein. Bitte schreibt mir nicht. Bitte nehmen sie hier meine Adresse in ihren Verteiler auf. Das tut ihr manchmal, manche von euch und das müssen wir leider löschen, weil das können wir hier manuell alles überhaupt nicht bearbeiten. Also nur über Newsletter. Jetzt gibt es ein neues Weltthema. Das wird zwar geschwurbelt bei Verschwörungstheoretikern schon lange, aber nun bekommt es durch Regierungsmitglieder bzw. auch Ehemalige und die Medien Hand und Fuß und wird von uns, also wird nicht von uns, sondern wird in die Welt gesetzt werden. Merkt euch mal diesen Stichtag heute und dann beobachtet mal, was jetzt in Zukunft passieren wird. Nämlich die Überschrift zum Beispiel bei News.de, das ist ja auch ein Mainstream-Portal, heißt Aliens in den USA. Also doch, ehemaliger US-Präsident Obama bestätigt UFO-Sichtungen. Hu, und dann heißt es, rätselhafte Lichter am Nachthimmel sorgen rund um die Welt immer wieder für Aufsehen. Nun kam von der offiziellsten Stelle, die es in den USA wohl geben kann, die Bestätigung, dass es sich bei den Objekten um UFOs handelt. Barack Obama gestand, dass es sich um unbekannte Flugobjekte mit Geschwindigkeiten handeln könnte, die uns Menschen fremd seien. Und er hatte ja schon mal das so angedeutet, aber jetzt hat er in einer Late-Night-Show ganz offen darüber gesprochen, über die Möglichkeit der Existenz von Aliens mit übrigens weitaus fortgeschrittener Technologie als von uns Menschen. Das berichtet auch das Online-Portal Hollywood Life. Der ehemalige Oberbefehlshaber der USA bestätigte, dass er Videoaufnahmen von UFOs gesehen habe, die militärische Ziele stören wollte. Er schränkte jedoch ein, dass es Dinge gäbe, über die er nicht offiziell sprechen dürfe. Es gäbe nämlich noch weiteres Videomaterial von Flugobjekten, die nicht erklärt werden könnten. Ja, das ist natürlich ein heißes Thema, weil gerade junge Männer, ich war ja auch mal einer, die haben da natürlich eine Geschichte und ich war auch mal so ein bekennender, ich nenne es mal Trekkie-Fan. Das gebe ich jetzt mal ganz offen zu hier auf diesem Wege. Schon in den 70er Jahren habe ich Raumschiff Enterprise mit Captain Kirk und Spock gesehen und fand das ganz toll. Und bin dann auch davon ausgegangen, dass es diese ganzen außerirdischen Existenzen gibt und so weiter. Und ich weiß, wie schwer es ist, davon runterzukommen. Und als ich die grünen Bücher gelesen habe, im Lichte der Wahrheit und die Schöpfungsarchitektur verstanden habe, habe ich erst verstanden, was ist überhaupt möglich und was ist nicht möglich. Und ich bin heute zu dem Schluss gekommen, dass ich mir diese Sendung eigentlich gar nicht mehr angucke und wenn nur eben zur allgemeinen, ich sage mal Unterhaltung, ohne daran nachzudenken. Unterhaltung heißt ja auch unten halten, nämlich die Menschen möglichst unten halten. Deshalb wird man ja unterhalten in der Unterhaltung. Und aus diesem Grunde kann man sich ruhig nochmal ansehen zwischendurch. Aber ansonsten, nein, ich bin mittlerweile ganz klar davon überzeugt, dass wir beseelte Menschen sind, die einem bestimmten Schöpfungsgesetz unterliegen. Und diese gesamte Alien-Geschichte aus meiner Sicht eine politische Verwirrungskampagne ist, auf die man wartet, um da nochmal nachzuschieben. Und das wird die Leute, die von den UFOs, also von den Aliens überzeugt sind, manche glauben sogar, wir stammen davon ab, das wird denen gar nicht schmecken. Und ich bitte dann auch von bösen Briefen abzusehen, dass das alles bewiesen wäre. Nein, es gibt Technik, mit der man tatsächlich sehr schnell Flugbewegungen durchführen kann. Das ist nicht die Frage. Aber da geht es nicht um Aliens, sondern um wissenschaftliche Experimente. Wir können da ganz entspannt sein und sollten uns jetzt auf gar keinen Fall in diese nächste Falle locken lassen, die man gerade aufbaut. Und zwar wieder eine Angstfalle. Ich habe mal vor vielen Jahren ein Buch geschrieben, das ein hochrangiger US-Militär undercover geschrieben hatte. Und da ist neben einer weltweiten Pandemie, also heißt ja weltweit, weißer Schimmel, ist vieles angekündigt worden, was sich inzwischen bewahrheitet hat. Der Klimawandel, also wie gesagt, das war in den 90er Jahren, wo über solche Klimawandelgeschichten, das war vor Al Gore, noch gar nicht wirklich diskutiert worden war. Und da ist im Prinzip alles angekündigt worden, was jetzt hier so passiert. Und da hieß es, wenn dann offiziell von Politik und Medien das Thema Alien in die Agenda gehievt wird, dann könnt ihr davon ausgehen, dass sie jetzt kurz davor sind, das alles kippen zu lassen. Es heißt in diesem Bericht, ich weiß leider nicht mehr, wie das Buch hieß, es ist leider auch bei einem Hochwasser mituntergegangen und ich habe es nicht mehr. Es war hochinteressant. Aber es heißt, dass dann einer der nächsten Schritte sein soll, mit diesem Thema die Menschen wieder in Unsicherheit und Angst zu führen. Und einer der nächsten Schritte ist es dann natürlich, ja, wir haben jetzt verdeckte Angriffe zu befürchten und so weiter. Vielleicht wird ja auch ein Cyberangriff dann irgendwann den Aliens zugeschrieben, die auf UFOs da angeflogen kommen. Wobei es ja UFOs gibt, darüber kannst du vielleicht gleich nochmal was sagen. Aber die Herkunft, das ist immer die Frage. Aber bezweckt werden soll am Ende der Geschichte, dass der Mensch, dass dem Menschen und dem Bürger weltweit von den Regierungen und Medien gesagt wird, dass wir Menschen gar nicht geistiger Herkunft sein, wie wir jetzt hier ja auch berichten, sondern dass wir eigentlich von den Aliens abstammen und dass die auch kommen würden, um einige von uns wiederzuholen. Und damit hat man die Menschen wirklich an der Klippe zur Megaangst. Und wie gesagt, das klingt jetzt hier alles wie eine Verschwörung. Aber wer hätte vor einigen wenigen Jahren gedacht, dass Barack Obama oder irgendwelche hochrangigen Militärs, ich zitiere gleich noch einen, sagen, oh ja, es gibt also Angriffe von den Aliens und UFOs und so weiter. Ich meine, wo sind wir heute schon? Ja, es ist natürlich auch wirklich eine interessante Situation, dass einige ausgebürgerte ehemalige Politiker, wir hatten, glaube ich, in Kanada, glaube ich, einen Verteidigungsminister, der das auch irgendwann mal gesagt hat. Also ich kann euch beruhigen, bleibt ganz entspannt. Ihr müsst nur eines wissen. Es gibt mittlerweile holographische Techniken, mit denen man ohne weiteres in einen leeren Raum projizieren kann, Erscheinungen, die materiell wirken. Wir müssen also an der Stelle wirklich auch vorsichtig sein. Wenn also über eurem Haus oder irgendwo über einer Stadt mal eine große fliegende Untertasse tatsächlich auftauchen sollte oder so etwas, dann zieht erst mal in Erwägung, dass es sich um ein mechanisches Hologramm handelt, welches man projizieren kann. Und das ist durchaus schon möglich. Schon vor Jahren war das möglich. Und mich würde nicht wundern, wenn man jetzt damit anfängt, dass man dann irgendwann auch in diesem Bereich dann anfängt, den Leuten dann Angst zu machen, indem man tatsächlich fliegende Teile durch die Welt fliegen lässt. Es ist im Rahmen der Schöpfungsgesetze schlicht in der Form nicht möglich. Andreas, es hieß mal an irgendeiner Stelle, dass aber durchaus militärische Einrichtungen so eine Art fliegende Untertassen auch entwickelt hätten. Ja, das ist eine lange Zeit her. Da gab es schon mal diese sogenannten Flugscheiben, über die man mal diskutiert hatte, dass man durch bestimmte Rotationen mit bestimmten Impellern, also Innenrotoren beispielsweise, bestimmte physikalische Gesetze so neutralisieren kann, dass man mit hohen Geschwindigkeiten quasi im rechten Winkel abbiegen kann. Und wenn dort Menschen drin sitzen würden, dass sie dann auch nirgendwo gegen eine Wand schlagen würden und das nicht überleben würden, sondern tatsächlich sich physikalisch dort rausziehen können aus diesen bekannten physikalischen Gesetzen. Da läuft ganz, ganz viel drum. Es gibt vieles über Wilhelm Landig, hat darüber geschrieben, über die Thule-Gesellschaft und so weiter hochspannend zu lesen. Aber hier geht es tatsächlich, wenn überhaupt, um technische Entwicklungen im Rahmen von Menschenhand und nicht um irgendwelche außerirdischen Aliens, die hier etwas produzieren. Wir müssen da vorsichtig sein, uns nicht reinziehen zu lassen, so groß der Reiz gerade für diejenigen ist, die sich mit Raumfahrt und so weiter gern beschäftigen. Ja, es führt und zieht in die Verwirrung. Und Regel Nummer eins ist in dieser wirklich aufwühlenden Zeit, dass wir gerade stehen bleiben, im Gottvertrauen bleiben, in der Natur angebunden sind, dort auch unsere Kraft und unsere Stärke finden und auch immer wieder suchen und die Naturgesetze lernen, die in diesen drei Bänden im Lichte der Wahrheit wie nirgendwo anders ganz klar beschrieben sind. Inzwischen habe ich schon fast den Eindruck, dass es die einzige Möglichkeit ist, durch dieses Wirrwarr hindurchzukommen. Also hier wird zum Beispiel in diesem Artikel bei News wird ein früherer Leutnant der US-Marine zitiert, Ryan Graves heißt der, der zwischen 2015 und 2017 einen FA-18-Jäger vor der Küste von Virginia flog und auf ein Video reagierte und mitteilte, dass Piloten in der Gegend von Virginia Beach von 2015 bis 2017 fast täglich ähnliche Flugobjekte in einem eingeschränkten Luftraum entdeckten. Und er sagt wörtlich, ich mache mir ehrlich gesagt Sorgen. Weißt du, wenn dies taktische Jets aus einem anderen Land wären, die da oben rumhängen, wäre das ein massives Problem. Aber weil es etwas anders aussieht, sind wir nicht bereit, dem Problem tatsächlich ins Gesicht zu sehen. Wir sind zufrieden damit, die Tatsache einfach zu ignorieren, dass sie da draußen sind und uns jeden Tag beobachten. Wörtliche Rede Ende. Ja, da beginnt so dieser rote Teppich ausgelegt werden in Richtung Irrsinn, Wahnsinn und das Ganze verbunden mit der Angst. Das ist für mich die wirklich dunkle, diabolische Energie, die wir hier sehen, dass wir die Menschen in der hybriden Kriegsführung an jeder Stelle in der Angst haben. Angst vor Corona, Angst davor, dass die Welt im Wasser untergeht, weil wir eine menschengemachte Klimaerwärmung haben. Und jetzt sind es auch noch die Aliens, die noch dazu kommen können. Kinder, haltet euch runter, haltet euch zurück. In der Form wird es nicht laufen. Wer jetzt stabil steht, wird wie gesagt durch das Nadelöhr kommen. Versucht euch immer wieder darauf zu konzentrieren. Geht raus und lauft einfach mal über den Boden mit den nackten Füßen und alles wird wieder gut. Übrigens in diesem Buch, das ich hier gerade genannt habe, dessen Titel mir entfallen ist, aber das wirklich sehr eindrücklich war, kam auch diese Impfaktion und kam auch der Übergang durch künstliche Intelligenz in die digitale Transformation. Also das ist dort alles schon vor Jahrzehnten beschrieben worden. Und ich hatte eigentlich die ganzen Jahre immer darauf geachtet, wann geht diese Alien-Diskussion los. Voilà, da ist sie und wir dürfen gespannt sein. Aber bitte amüsiert euch, betrachtet das humorvoll, lasst euch da nicht mit reinziehen. Und wenn besorgte Familienmitglieder kommen, haben wir wahrscheinlich die nächste Spaltakt in der Gesellschaft. Ja, so ist es. Und wie gesagt, auch gerade in meiner Garnitur von Personen, die so in meinem Umfeld sich bewegen, schreiben bitte keine Mails, dass es doch Aliens gibt und so weiter. Alles gut, jeder darf seinen Glauben behalten, das ist alles in Ordnung. Aber an Religionen sind wir nicht interessiert, sondern an den Schöpfungsgesetzen. Das ist für uns ganz wichtig. Und wenn wir da an der Stelle jetzt in der Ruhe bleiben und nicht der Sehnsucht dieses Irrsinns, das ist ja auch eine Irrsinnssehnsucht, die dahinter steht, in die wir uns häufig reingezogen haben, rauskommen, wieder als Mensch, als geistiges Wesen mit vollem Bewusstsein sagen, halt, stopp, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß auch, wo ich hingehe, das kann man nachlesen. Also du kommst aus Walzrode, so viel ist klar. Genau, aus der wunderschönen Heidestadt Walzrode. So, das war nämlich sehr wichtig an dieser Stelle, dass wir wieder normal werden. So, jetzt gibt es eine Meldung aus Amerika und zwar von der CDC, also dem Center for Disease Control and Prevention, das ist die Gesundheitsbehörde. Und die New York Times hat vor einer guten Woche berichtet, dass man sich dort auf eine fehlerhafte Studie gestützt hat, als man eine zehnprozentige Wahrscheinlichkeit der Übertragung von Covid-19 im Freien erklärt hatte. Bitte Hinweis ernst nehmen, aufgrund dieser Berechnung sind die ganzen Lockdown-Maßnahmen damals entstanden, auch länderübergreifend, auch kontinentübergreifend. Aus deutschsprachigen Medien wissen wir, dass ja da ähnliche Fehlkalkulationen aufgestellt wurden, denn das hat sich jetzt bewiesen, diese zehnprozentige Wahrscheinlichkeit, dass Covid-19 sich im Freien überträgt, ist an den Haaren herbeigezogen. Das hat man jetzt erkannt und nennt es eine Fehlkalkulation für Maßnahmen, dass Maskenpflicht im Freien sozusagen erlassen werden kann. Und man rudert ja zurück und sagt, ja, es waren eigentlich nicht zehn Prozent, sondern eher ist die Wahrscheinlichkeit bei ein Prozent. Und es ist wirklich erstaunlich, dass eine so wichtige und umstrittene Komponente der Covid-Politik nicht nur auf dieser Fehlberechnung beruht, sondern niemals eigentlich aktiv hinterfragt oder geprüft wurde, um diesen Fehler zu entdecken. David Leonhardt von der Times hat angemerkt, dass es nirgendwo auf der Welt eine einzige dokumentierte Covid-Infektion durch zufällige Interaktion im Freien gibt, wie zum Beispiel, wenn man auf der Straße an jemandem vorbeigeht oder an einem Tisch in der Nähe ist. Zusammengefasst hat das übrigens hier alles das Schweizer Portal Uncut News. Und es heißt hier, das Risiko im Freien war eine Hauptquelle für Unstimmigkeiten mit vielen verpflichtenden Gesichtsmaskenregeln für diejenigen, die im Freien gehen, arbeiten, spazieren gehen und so weiter. Wie sich laut Times herausstellt, basiert die zehnprozentige Basisrate zum Teil auf einer Fehlklassifizierung. Das tatsächliche Risiko beträgt ein Prozent oder weniger. Allerdings schlossen Städte wie Chicago ganze Parks, was die Isolation und Depression der Bürger noch verstärkte. Mehrere Städte wie New York haben Spielplätze geschlossen, obwohl sie im Freien liegen und von der Bevölkerung mit dem geringsten Risiko für Covid genutzt werden. Die Staaten schlossen also Parks und Wanderwege, öffentliche Einrichtungen, die während der Schließungen wichtige Bereiche für die Befreiung der Menschen hätten sein können. Ja, es sieht fast wie Vorsatz aus. Ja, das kann man nur noch als Vorsatz bezeichnen, denn so unfähig kann nicht einmal eine US-Gesundheitsbehörde sein, die ja sehr stark offenbar auch mit der WHO zusammenarbeitet. Wo übrigens Bill Gates, um wieder den Kurs zurückzubekommen zu unserem ersten Top-Thema, ja maßgeblich derjenige ist, der das Ganze finanziert. Und da werden dann doch so einige Strukturen deutlich und ein paar neue Synapsen können sich dort im Kopf entwickeln, hier Zusammenhänge zu erkennen. Und wenn man sich dann mal eben verkalkuliert, nämlich um das Zehnfache, das Zehnfache sind übrigens 1000 Prozent, das heißt eins gegenüber zehn sind 1000 Prozent Unterschied. Und wenn man sich da mal eben um 1000 Prozent verschätzt, da kann man glaube ich nicht mehr von Rundungsdifferenzen sprechen. Also da sind es doch schon irgendwo ziemliche Vorsätze, die da offenbar hinter stehen. Und wer das jetzt nicht erkennt, was hier eigentlich abläuft, dem kann man dann ehrlich gesagt auch irgendwann nicht mehr helfen. Gut, ja, wir hatten eine Grafik gestern eingestellt von einem Regionalblatt aus Deutschland. Das ist der Hauke Verlag gewesen. Und die hatten eine sehr klare Grafik veröffentlicht, dass nämlich in 22 Bundesländern, inzwischen sind es 24 Bundesstaaten in den USA, Maskenpflicht abgeschafft wurde und diese Lockdown-Maßnahmen weitgehend abgeschafft. Und eben auch ein Verbot von Impfpässen in sehr vielen Ländern. Und jetzt geht es noch weiter. Das berichtet eben auch das Portal vom Hauke Verlag. In 12 Bundesstaaten ist der digitale Impfnachweis, der bei uns demnächst über Grundrechte und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben entscheiden wird, verboten. Ich habe euch gerade die aktuelle Meldung vorgelesen, dass in der EU für Geimpfte der Flugverkehr und Reiseverkehr freigegeben werden soll. Das wäre in diesen Staaten in den USA verboten bei Strafe. 12 US-Bundesstaaten haben diese Art der Diskriminierung unter Strafe gestellt. Die Impfung spielt also überhaupt keine Rolle bei der Aufhebung all der Maßnahmen. Ja, also es ist schon ganz deutlich, was dieser Herr Hauke dort gemacht hat. Und ich habe mir dieses Bild in Ruhe angesehen. Das ist eine große Arbeit gewesen, weil sie sehr deutlich und auch dem Laien verständlich macht, in welchem Irrsinn wir eigentlich leben. Und wenn man sich die Karte ansieht, die ja flächenmäßig größer ist, also dieser Bereich, wo alle Maßnahmen aufgehoben wurden in den USA, ist flächenmäßig größer als der Bereich, wo diese Maßregelungen noch gelten, dieser sogenannte Shutdown. Und ich glaube, das wird die Menschen jetzt animieren, dass diese gesamten Shutdown-Länder oder Staaten eben halt fallen werden, zugunsten der Urfreiheit wieder. Und ich weiß nicht, wie lange Deutschland den Irrsinn mit ihren Schnabelmasken, die sie da tragen müssen, aufrechterhalten wollen. So, und wer diese Grafik noch nicht gesehen hat, die übrigens bislang 310.000 Mal aufgerufen wurde, ich leite das jetzt in diesem Moment, wo wir hier aufnehmen, direkt nochmal weiter, dass ihr euch das mal in Ruhe anseht und vor allem eventuell auch an die Menschen weiterleitet, die noch unsicher in der Bewertung der gesamten Lage sind. Also ihr spürt und seht, es setzt sich doch immer mehr das Licht der Wahrheit hindurch und das ist etwas, was wir mehr als begrüßen und auch unterstützen sollten. Nochmal, wenn euer Umfeld an all diese Angstszenarien, die ganz vorsätzlich verbreitet werden von Medien und Politik, weiter glauben wollen, weil sie sich impfen lassen wollen, denn man will ja in Urlaub fahren und das ist also die Meldung heute, die sagt, dass also praktisch in der EU jetzt beschlossen wurde, dass Geimpfte wieder reisen können. Damit wird es den Menschen ja praktisch vor die Füße gelegt und wer wirklich hofft, alte Rechte wiederzubekommen, der lässt sich halt impfen, wenn gleich schon neue Meldungen kommen, dass diese Impfungen natürlich alle sechs oder zwölf Monate, da sind die Aussagen unterschiedlich, wiederholt werden müssen. Also Impfen auf Lebenszeit? Wer weiß es schon. Bitte tut trotzdem eins nicht, missioniert nicht, versucht nicht zu überzeugen, sondern wenn ihr sowas weiterschickt, eine solche Grafik, dann schreibt einfach dazu nur zur Info. Oder einfach bloß nicht sagen, guck dir das an, habe ich dir doch immer gesagt. Denn das ist etwas, was ihr auch nicht gerne habt. Niemand hat gerne, wenn jemand mit dem erhobenen Zeigefinger dasteht und sagt, ich habe dir das immer gesagt und jetzt ist hier wieder ein Beweis, den guckt man sich gar nicht mehr an, sondern es geht wirklich immer nur in Frieden, in Nachsicht, in Ruhe, mit Fragen und nicht mit Imperativen und Ausrufezeichen, dann können wir eventuell in eine Diskussion kommen. Anders nicht. Also so wie es die Gegenseite macht, wie Regierung und Medien mit Ausrufezeichen und Angst und Terror und Totalitarismus, wie es hier in The Telegraph heißt, das sind nicht die Methoden, die zu Frieden und Ruhe auf dieser Erde führen. Und lasst sie uns bitte nicht anwenden. Ja, Andreas, wir kommen zum nächsten Thema. Da denke ich wieder an deine schönen Beiträge zum Thema Seidenstraße. Und in diesem Zusammenhang ist ja auch das Thema Nord Stream 2 zu sehen. Da sind ja Sanktionen von Seiten der USA, den USA ausgesprochen worden. Joe Biden wollte das nicht. Übrigens Donald Trump auch nicht. Also es lagen Sanktionen drauf. Es durfte nicht weitergebaut werden, vor allem der Teilabschnitt jetzt in Deutschland. Aber die USA haben die Sanktionen aufgehoben. Ganz überraschend und kurzfristig. Es heißt, angeblich soll damit das angeknackste deutsch-amerikanische Verhältnis verbessert werden. Und Joe Biden himself setzt also die Sanktionen gegen das Unternehmen und dessen Spitzenmanager aus, dass die Gas-Pipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland baut. Und das hat der gewöhnlich gut informierte Online-Dienst Axios mitgeteilt. Im Weißen Haus, so heißt es, nimmt man damit Rücksicht eben auf dieses schlechte Verhältnis zwischen den beiden Ländern. Obwohl dieser Schritt natürlich sehr überrascht, nachdem der amerikanische Außenminister Antony Blinken noch in der Senatsanhörung zu seiner Seite gesagt hatte, ich bin entschlossen, alles was möglich ist zu tun, um die Fertigstellung von Nord Stream 2 zu verhindern. Ja, hier muss man natürlich wieder die Vogelperspektive einnehmen, um diese Zusammenhänge zu versuchen zu verstehen. Und darum geht es ja nur. Die USA haben immer Nützlinge gehabt und nie große Freundschaften. Und wenn die dann ausgebraucht waren, wurden die Leute oder die Freundschaften dann, die vermeintlichen Pseudofreundschaften wieder abgegeben. Und was natürlich USA als großen Fehler gemacht hat, aus meiner Sicht, aus US-amerikanischer Sicht, sie haben Europa versucht, von Russland immer abzuschotten. Das heißt, eine Grenze zwischen Russland und Europa zu schieben, weil sie gedacht hatten, wenn Russland und Europa befreundet sind, könnte sich das gegen sie wenden. Und Deutschland und Russland zum Beispiel oder Europa und Russland waren eigentlich immer befreundet, weil sie ja tatsächlich unmittelbare Nachbarn sind. Denken wir an das zaristische System. Nun ist die Situation, dass Russland dermaßen gebasht wurde, aber nun mit China zusammenarbeitet. Und die chinesische-russische Verbindung, und da spielt die Seidenstraße eine gigantische Rolle, einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt, die gerade sich im Aufbau befindet. Und die neue Verbindung zwischen China und Iran und die noch neuere zwischen Russland und Iran. Und hier sehen wir dieses Triumphirat dieser drei großen Mächte, nämlich Iran, China und Russland. Jetzt ist natürlich Biden unter Zugzwang, beziehungsweise seine Administration, weil die natürlich mit den Chinesen gemeinsame Sache gemacht haben und haben die Chinesen schlicht und ergreifend unterschätzt. Die große Infrastruktur, die großen Unternehmen der Amerikaner befinden sich mittlerweile auf chinesischem Territorium. Und wenn beispielsweise China und Russland jetzt gemeinsam in irgendeiner Form einen gewissen Druck aufbauen, dann müssen die relativ schnell Nord Stream 2 wieder freigeben. Zumal Nord Stream 2 aus Sicht der Amerikaner überhaupt kein großes Problem darstellt, weil sie haben ja Angst, dann in Zukunft Europa nicht mehr selbst mit den Gas und Öl zu versorgen, sondern das machen dann ja letztendlich die Russen. Das eigentliche Problem ist die neue Aufteilung sämtlicher Handelsrouten dieser Welt und damit der gesamten Weltmacht. Und da sieht man, wie sich hier der Kreis schließt. Und das habe ich in diesen beiden Videos, die man auch wirklich chronologisch ansehen sollte, dann eben deutlich gemacht. Ja, sehr eindrücklich. Kann man immer wieder nur empfehlen. Finden Sie sich auf der Seite der Wissensmanufaktur. Was hat es denn mit Nord Stream 2 auf sich? Es sind hier zwei Artikel, die ich vor mir liegen habe. Das ist die FAZ und T-Online. Die Ostsee-Pipeline soll künftig 55 Milliarden Kubikmeter Gas von Russland nach Deutschland pumpen. 26 Millionen Haushalte in Europa sollen damit versorgt werden. Das Mammut-Projekt startete im September 2018, kostet rund 8 Milliarden Euro und immer wieder wird diskutiert, ob sich Deutschland durch das Gas zu abhängig. Von Russland und seinen Lieferungen mache. Politische Krisen wie der Ukraine-Konflikt oder die Vergiftung, heißt es hier, die Vergiftung des Kreml-Kritikers Nawalny, befeuern die Debatte um Nord Stream 2. Und die Genehmigung verhindert hatten zunächst NABU, also der Naturschutzbund Deutschland und die Deutsche Umwelthilfe mit dem Hinweis auf rastende Vögel im Vogelschutzgebiet. Und da sind sie vor Gericht gezogen. Ja, und russische Nachrichten melden zu diesem Thema, Europa braucht Nord Stream 2. Deshalb wird es fertiggestellt werden. Und es wird zitiert, der deutsche Generalkonsul in Yekaterinburg, heißt es hier, Matthias Kruse, der erklärte vorgestern am Montag, dass noch etwa 80 Kilometer der Pipeline verlegt werden müssen, um das Projekt zu beenden. Und die Arbeiten werden jetzt von zwei Schiffen durchgeführt, heißt es von russischer Seite in russischen Medien, der Barge Fortuna, das heißt hier, die angegebene Verlegegeschwindigkeit beträgt übrigens bis zu einem Kilometer pro Tag und dem Verlegeschiff Akademik Kerski bis zu fünf Kilometer pro Tag. Das war ausführlich. Ja, genau. Also die stehen ja momentan ungefähr an der Insel vor Bornholm in der Ostsee. Da liegen die ungefähr. Und von der Stelle ist es nicht mehr wahnsinnig weit, jetzt nach Deutschland die Pipeline zu legen. Ehrlich gesagt, ich verstehe diese Naturschutzorganisation NABU nicht, die sich Sorgen macht wegen Vogelnistplätzen. Aber es offenbar nicht wichtig findet, dass dann jeden Tag die großen Schiffe von Amerika mit Schweröl, tausende von Tonnen Schweröl verbrennen, in die Luft verpesten. Das empfinden sie offenbar nicht so schlimm, um uns das Gas rüber zu transportieren nach Europa, über diesen weiten Atlantik, anstatt es kostenarm und auch umweltschonend durch eine Pipeline einfach mit einem einfachen Kompressor durchzudrücken. Ja, oder denke man an die Windkraftanlagen, Andreas, wo sich doch so und so viele Millionen Vögel schon das Leben genommen haben. Ja, das sind ja Vogelschredderanlagen mittlerweile. Und wir wissen natürlich auch, dass diese Windanlagen natürlich nicht die Energie versorgen können. Man sagt dann beispielsweise, wenn wir keinen Wind haben und beispielsweise auch keine Sonne haben, dann bekommen wir eben halt keinen Strom. Und das ist das Hauptproblem. Und die Lösung aus Sicht der Grünen bedeutet, wir müssen die Anzahl der Windkraftanlagen verdoppeln. Denn dann ist das Problem etwas geringer, offenbar. Das Problem ist, ob ich 500 Windkrafträder habe oder 1000. Bei Windstille stehen die alle still. Aber diese einfache Denkstruktur, da ist nicht wirklich viel zu erwarten bei den Grünen. Ja, dazu passt die Meldung, die heute veröffentlicht wurde, die ich mal ganz schnell rausgesucht habe, veröffentlicht bei Tichis Einblick. Windräder im Ebersberger Forst, eines der größten Waldgebiete Süddeutschlands, wird der Windkraft geopfert. Und da heißt es, für die Rodungen traten unter anderem die Grünen und der Bund Naturschutz ein. Also da haben wir sie wieder, die alten Verdächtigen. Und da heißt es, das ist schon ziemlich viel, also ein Bürgerentscheid, der das jetzt ermöglicht hat. Zunächst sollen laut Bauantrag nur fünf riesige Windkraftanlagen in den westlichen Bereich des Ebersberger Forstes gebaut werden. Dazu muss der Ebersberger Forst in eine Großbaustelle verwandelt werden. Autobahnbreite Zufahrtswege für die Schwerlaster planiert und 180 Tonnen Stahl, 1500 Kubikmeter Beton allein für die Fundamente herangekarrt werden. Bäume müssen fallen für die Bauplätze, auf denen Schwerlastkräne die Elemente für die knapp 250 Meter hohen Türme, Maschinenhaus mit Generatoren und schließlich die überlangen Rotoren emporheben können. Es handelt sich um ein Landschaftsschutzgebiet, in dem allerdings der Landschaftsschutz nicht mehr viel zählt. Für die Rodungen in dem Wald traten unter anderem die Grünen und der Bund Naturschutz in Bayern ein. Eine Schutzgemeinschaft Ebersberger Forst befürchtet dagegen, dass es nicht bei den fünf Windindustrieanlagen bleiben wird, sondern dass die veränderte Landschaftsschutzverordnung immer weiter durchlöchert wird. Sie erklärt, dass sie als anerkannte Naturschutzvereinigung ihr Klagerecht wahrnehmen werde. Ja, die grünen Umweltverbrechen, die sind genau wie eine Blutspur, die sich da durch diese Situation hindurchzieht. Es werden hier tatsächlich intakte Naturschutzgebiete schwer verwundet. Denn wenn man beispielsweise solche doppelspurigen Bahnen durch einen Wald hindurchzieht, dann wirkt das natürlich auf die Tiere, die diese Bahnen dann überqueren müssen. Und all diese Dinge, das sind tatsächlich Umweltverbrechen inszeniert. Aus der rot-grünen Politik ist es wirklich schwer zu verstehen. Ja, hier wird noch ein Waldgutachter und Forstwirt, Rainer Kant, heißt er, zitiert in der Süddeutschen Zeitung. Er sagt, Windräder in wertvolle und alte Laubmischwälder zu bauen, schadet diesem Waldökosystem eindeutig und er weist auf den Wald als CO2-Verbraucher und Sauerstoffspender hin. Er sagt wörtlich, außerdem erzeugt der Wald selber Klimaschutz. Diesen Effekt kann man erhöhen, wenn die Förster die Anzahl der Bäume erhöhen oder die Stämme dicker werden lassen. Durch diesen natürlichen Weg der CO2-Reduktion würden Windkraftanlagen quasi überflüssig, da der Wald selbst sein Klimaschutzpotenzial erhöht. Ist alles durch die Schöpfungsgesetze manifestiert. Ja, natürlich ist es das. Und es ist wirklich so irrsinnig, welche Ressourcen verbraucht werden, um irgendwelche mickrigen Ergebnisse zu vollziehen, anstatt sich die Gelder lieber zu nutzen, um damit eine Aufforstung zum Beispiel der brasilianischen Regenwälder mit zu finanzieren, wovon die gesamte Welt partizipieren würde, wenn man diese Wälder nicht einfach wegroden würde. Damit könnten wir tatsächlich unglaublich viel Sauerstoff produzieren, unglaublich viel CO2 binden und alles würde sich in eine richtige Richtung entwickeln. Stattdessen werden unendlich große Summen auf deutschem Gebiet verbraucht, um irgendwo im prozentualen Bereich drei Stellen hinterm Komma irgendwie eine vermeintliche Verbesserung der Luft zu bekommen. Und das Ganze geht dann nach hinten los. Es ist einfach an Dummheit nicht zu überbieten. Das ist das, was mich wirklich am meisten schockiert. Das ist einfach die fehlende Möglichkeiten, offenbar mathematische Zusammenhänge einfach mal durchzurechnen. Aber nachdem ich Herrn Habeck gehört hatte, neulich über das Eigenkapital der Banken, wie er das so kalkuliert hat, da ging es nicht um tausende Prozent, tausende Prozent Differenz, sondern um tausende von Prozent völlig ahnungslos irgendetwas gesagt, dann wundert mich natürlich auch nichts, dass Sie in Umwelttechnik keine Ahnung haben. Für die Gefahren der letzten Zeit auf dieser Erde der alten Welt steht es ja auch in der Bibel geschrieben, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der wird dann erkannt werden und er wird sich erheben sinngemäß und versuchen, sich auf den Thron Gottes zu setzen. Auch das gehört hier wieder eindeutig zu diesem Thema dazu. Andreas, wir müssen in ein anderes Thema, in mehrere noch rein. Wir müssen uns ein bisschen kürzer fassen. Red doch nicht immer so lange. Wir müssen uns das lieber später machen mit dem Verfassungsgericht. Okay, das machen wir dann am Freitag. Okay, dann gehen wir über eine Meldung hinweg, die Andreas sich eigentlich ausgesucht hatte. Wir kommen zu einer anderen von der Frankfurter Allgemeinen, heute veröffentlicht. Und das ist etwas, was einem schlichtweg nur noch den Atem verschlägt. Die Grünen und die FDP wollen das körperliche Geschlecht per Gesetz auflösen und den Geschlechtswechsel von Kindern beschleunigen. Kommentar des FAZ-Autors, das Vorhaben ist verantwortungslos. Ja, ihr habt es aber alle über Jahre mit unterstützt, indem ihr Gender Mainstreaming mit schön geredet habt. Gender Mainstreaming, das ist ja mehr oder weniger das Nachfolgeprojekt des militanten Feminismus, Frauenbevorzugung, Männerbenachteiligung, Frauenquote und so weiter, basiert auf diesen Dingen. Dieses Gender Mainstreaming sagt sinngemäß, dass der Mensch, wenn er geboren wird, kein bestimmtes Geschlecht hat, sondern eigentlich dieses Geschlecht beliebig auswechselbar ist, wie er sich gerade fühlt. Und es gibt ja auch gendergerechte Kindergärten, wo die Mädchen keine Röcke tragen dürfen, nicht mit Puppen spielen, sondern Knarren bekommen und Autos, während die Jungs Prinzessinnenkleider tragen sollen und mit Kosmetikkörben spielen. Damit man den Kindern schon frühzeitig beibringt, dass es eben eine gewisse innere Haltung, nur Puppen, nur Rosa oder eine andere, nur Autos, nur Blau eben nicht gibt. Das will man den Kindern in diesen sogenannten Fun and Care Kindergärten abtrainieren, schon vor Jahren. Und hier heißt es jetzt, ich lese es vor, im Windschatten öffentlicher Aufmerksamkeit, schreibt die FAZ, werden am Mittwoch, also heute, im Bundestag zum 2. und 3. Mai zwei Gesetzentwürfe verlesen, die Kinder zum Experimentierfeld der Pharmaindustrie und ideologische Interessen machen, an deren Folgen sie mitunter ihr Leben lang leiden werden. Man muss das so drastisch formulieren, denn die Entwürfe zur Reform des Transsexuellengesetzes, den die Grünen und in etwas abgemildeter Form die FDP vorlegen, sind ein koordinierter Angriff auf die medizinische Ethik. Sie schreiben unter der Androhung von Geldstrafen einen ideologischen Geschlechterbegriff fest, der wissenschaftliche Unterscheidungen in den Wind schlägt. Also auch Soziologie und Biologie obsolet inzwischen. Ich lese weiter. Nach dem Willen beider Parteien soll künftig jeder jährlich sein Geschlecht durch einen reinen Sprechakt ändern können. Darüber hinaus soll die Altersgrenze für den körperlichen Geschlechtswechsel gesenkt werden. Mit vollendetem 14. Lebensjahr sollen Kinder nach dem Entwurf der Grünen auch gegen den Willen ihrer Eltern über einen hormonellen und operativen Geschlechtswechsel entscheiden dürfen. Ja, das ist wirklich Sodom und Gomorra. Ich kann das gar nicht anders bezeichnen. Was soll man denn dazu überhaupt noch sagen, wenn wir schlicht und ergreifend die Wissenschaft negieren und Testosteron und Östrogene beispielsweise einfach nicht mehr berücksichtigen? Und wenn man sich mal ein Mädchen oder einen Jungen anguckt oder einen Mann oder eine Frau, dann sieht man, dass es sehr wohl Geschlechterunterschiede gibt. Die Wissenschaft wird hier komplett in den Wind geschlagen. Das ist interessant, während wir auf der anderen Seite, und das ist das Paradoxon, die Wissenschaft bei der Coronavirus-Geschichte zum Beispiel nach oben heben, sodass sie sogar die wissenschaftlichen Entscheidungen geben für die gesamte Politik. Zumindest soll es so den Anschein haben. Auf der einen Seite die Hochstilisierung der Politik in eine astronomische Höhe, wo sie Entscheider werden, was überhaupt nicht die Aufgabe der Wissenschaft ist. Überhaupt nicht, denn die haben letztlich lediglich die Möglichkeiten der wissenschaftlichen Strukturen zu prüfen, zu checken und das Ergebnis offen und mehr haben sie nicht. Punkt. Da hört ihre Aufgabe auf. Stattdessen hat man sie hochgebaut, tatsächlich heute mittlerweile zu Superstars und da sind sie groß. Und hier an dieser Stelle, wo es dann eben halt anders passt, da wird die Wissenschaft in den Urgrundlagen quasi einfach negiert und an die Seite geschoben. Und da wird politisch entschieden nach dem Motto Mann und Frau gibt es gar nicht und 14-Jährige können sich umoperieren lassen. Und wenn man das Ganze natürlich in Verbindung bringt mit der Frühsexualisierung, nämlich dieser Sexualaufklärung, wie man es nennt, dann werden natürlich regelrecht auch Probleme herangezüchtet, die dann dazu führen, dass Menschen ja in diesen jungen Jahren schon als kleine Kinder im einstelligen Altersbereich schon so verwirrt sind, dass sie irgendwann sogar glauben, dass sie irgendwie nicht im richtigen Körper sind und so weiter. Das heißt, das ist ja eine richtige Agenda. Das ist ja erschreckend. Ja, ich kann mich noch erinnern, wie wir noch so ein bisschen humorvoll über die Dinge gesprochen haben, als wir noch in Deutschland lebten. Und du sagtest hier aufgrund der Gendergesetze, dass du auf Frauenparkplätzen parken möchtest und dann eben einfach, falls jemand fragt, sagst, du fühlst dich heute als Frau, also kannst du das eben auch machen. Aber was hier doch jetzt in Gesetze gegossen werden wird, das sprengt jeden Rahmen. Es heißt hier in dem FAZ-Artikel, den habe ich euch jetzt eingestellt, dass ihr euch bitte in Ruhe durchlest, weil wir können diese ganzen Ungeheuerlichkeiten aus Zeitgründen jetzt nicht weitermachen. Aber vielleicht noch dieses Zitat, also Feministinnen, für die Frauen mehr als soziale Konstrukte sind, schreibt der FAZ, sehen die Errungenschaften der Frauenbewegung bedroht, weil jeder Mann sich nun durch eine einfache Erklärung zur Frau deklarieren und in deren Schutzzonen eindringen könne. Also wahrscheinlich haben die was von dir schon mitbekommen. Maßnahmen zur Frauenförderung würden dann ebenso ausgehöhlt wie ihr Schutz vor Gewalt. Kinderschützer und Elternverbände laufen Sturm, weil Kindern noch vor vollendeter Geschlechtsreife mitten in den Wirren der Pubertät eine Entscheidung in die Hände gelegt würde, deren Folgen sie nicht überblicken können. Ja, das ist tatsächlich so. Also wenn ich mir vorstelle, dass beispielsweise Sexualstraftäter sich jetzt einfach mal eben umetikettieren per Aussage und dann kann der Vergewaltiger eben halt auf die Darmentoilette gehen und hat damit sogar noch eine rechtliche Befugnis dazu, weil er sich ja gerade selbst zur Frau erklärt hatte und kann dann dort sein Unwesen treiben. Ich frage mich, sag mal, denkt denn da überhaupt keiner mehr mit? Nein, doch. Also für mich erscheint das inzwischen hier wirklich wie eine Art Vorsatz zum Missverständnis und es wird soweit kommen, dass die Welt einfach in jedem Punkt verwirrt wird. Umso wichtiger ist es, dass wir bei uns bleiben. Ja, und im Zuge dieser Meldung lesen wir ebenfalls, dass die Familienministerin und Frauenministerin Frau Giffey jetzt zurücktritt und Franziska heißt sie mit Vornamen, weil ihre Doktorarbeit immer noch unter Beschuss ist und weil sie da andere Leute nicht reinziehen möchte. Aber auch Frau Giffey hat ja solche Gesetzesentwürfe mit durchgezogen. Ja, da kann ich nicht viel zu sagen. Also ich denke mal, dass die zerebrale Dysfunktion sowieso herrscht. Das spielt keine Rolle mehr und die Zeitung von gestern interessiert auch keinen mehr. Es ist einfach nur noch so hinzunehmen. Aber sie hofft darauf, dass sie Berliner Bürgermeisterin wird. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Würde mich nicht wundern. Passt sie gut hin? Ja, Hauptsache am Trog bleiben und weiter fressen. Andreas, du hast neue Informationen von einigen deiner Zuträger bekommen. Und zwar gibt es Neuigkeiten in Sachen Bundesrepublik Deutschland und Maßnahmen für Covid-19. Ja, es laufen ja jetzt einige Testläufe auch an. Wir sind da ganz gespannt. Wir erwarten übrigens noch weitere hochinteressante Informationen in Kürze auch zu diesen ganzen Themen, weil wir ja diese Rescue Logistik 4.X nach wie vor im Hintergrund laufen haben über Spezialisten. Was jetzt zurzeit diskutiert wird, ist die Maskenbefreiung für Geimpfte. Und diese Geimpften werden dann ja in Zukunft tatsächlich dann mit freiem Gesicht herumlaufen dürfen, während die Ungeimpften dann mit der Maske laufen müssen. Nun ist es natürlich so, wenn irgendwann ganz viele geimpft sind, dass auch ein Ungeimpfter der Meinung ist, wahrscheinlich, das merkt doch eh gar keiner, dann nehme ich meine Maske natürlich ab. Aus diesem Grunde werden momentan Parameter aufgebaut, Gesichtserkennungen durchzuführen. Wir kennen das aus China, dass jemand, der irgendwo reingeht, sofort zugeordnet werden kann. Wer ist das? Wo ist der? Was macht der gerade? Auch wenn er irgendwo an einer Ampel steht. Und dass man über diese Gesichtserkennung zuordnen kann, um wen es sich handelt. Und diese Gesichtserkennung sich widerspiegelt im Impfpass, im elektronischen, wo genau diese Personendaten dann eben halt auch mit drin sind. Und das ist natürlich wirklich erschreckend. Das heißt, man geht durch die Stadt, wird durch eine Kamera erfasst und man kann prüfen, der trägt keine Maske, ist er auch wirklich geimpft? Indem man dann in seinen virtuellen Impfpass eingreift, Computertechnik und das Ganze überprüft. Und das ist natürlich schon eine Form des Totalitarismus, wie man ihn kaum anders noch beschreiben kann. Ja, das ist also die Zukunftsmusik, die uns erwarten soll. Also es ist das, was in Regierungskreisen intern diskutiert wird. Also diese biometrischen Daten dann auf diese Weise auszuwerten, um jedem, der sagt, hahaha, die trägt sich aber aus, einen Riegel vorzuschieben. Ja, und dann gibt es ja noch, da gibt es ja noch eine Info, Andreas, dass wir doch ganz hochrangige Politiker, wenn man das überhaupt so bezeichnen möchte, haben die uns auch zuhören. Ja, natürlich, das geht offenbar bis in die obersten Ministerien hinein und an der Stelle dürfen wir gerne mal Ella grüßen. Ella ist ein Spitzname für eine ganz wichtige Person in einer großen Bundesbehörde und zwar ganz oben. Und das ist schon sehr interessant, die uns offenbar auch gern hört und wir freuen uns darüber und an dieser Stelle ganz herzliche Grüße und das meinen wir ernsthaft. Ja, vor allem, vielleicht hilft ja die eine oder andere Information doch, das eigene Weltbild in Frage zu stellen und vielleicht auch in die Verantwortungssituation persönlich sich mehr hinein zu begeben, um nämlich zu erkennen, dass was man tut, das darf man eigentlich oder manche Dinge darf man nicht tun, die eben nicht dem Wohle der Bevölkerung dienen. Und wir wären sehr dankbar, wenn doch das eine oder andere wie ein kleines Saatkorn fruchtend auf die Erde fällt. Wir hätten noch so schöne Nachrichten gehabt. Peter Hane hatte sich noch geäußert. Wir werden darüber auch am Freitag reden, der nämlich in Frage stellt, das, was Regierung und was Regierungsmedien, in Anführungsstrichen natürlich, wie die Öffentlich-Rechtlichen derzeit in Sachen Berichterstattung über Palästina und Israel machen. Peter Hane ist auf der Zinne. Peter Hane kennt ihn noch früher vom Heute-Journal, den Moderator, der heute sehr kritisch ist. Der ist Christ und wen er besonders angreift, das ist die Kirche. Das sind Kirchenvertreter, die Klerikalen. Aber in das Thema werden wir in Ruhe reingehen am Freitag. Jetzt an dieser Stelle, wir sind nämlich schon so gut wie durch, möchten wir euch herzlichen Dank sagen, dass ihr wieder dabei wart. Wünschen euch einen schönen Tag und hören uns heute beim Abendgebet mit einem neuen Buch, das wir anfangen zu lesen, immer im zweiten Teil. Und schön, dass es euch gibt und uns so fleißig zuhört. Alles Liebe nach Deutschland und in den Rest der Welt. Ciao. Ciao, ciao.